Es braucht ein bisschen länger, um da wieder reinzukommen. Das wär alles, Freunde. Das ist so cool. Ich bin gesprungen. Und ich mach ungefähr was. 200 Schaden. Wir haben das Langschwert, glaube ich, auch. Haben wir das Langschwert schon voll aufgelöst? Ich glaube, es war ein unheißiger Coolfall, ich glaube ich Level 5 zu werden. Kann sich vielleicht verinnern. Und natürlich das Estus auf 2 zu haben. Natürlich ein bisschen Low-Bopp, aber... Damit sind wir eigentlich schon das ganze Spiel rumgelaufen. Ich glaube nicht. 75% des bisherigen Spiels. Nein, so gut auch nicht. Kann man machen. Überraschしい Person. Witzig. Ichke das. Er wird genug. Der ist schadと思います. Er ist ja ungeheb. Oh, oh, oh. Ja, war eigentlich ziemlich low-boppig, oder? So, pass auf, Freunde. Stell mich mal hier hin und sag jetzt, was sag ich denn? Ja, Freude passt nicht.